So Leute, herzlich willkommen bei Johnny and Friends Gaming. Mein Name ist Nils und wir sind hier in Disney Dreamlight Valley. Hallo Nala. Wir wollen heute mal schauen, was es bei Dagobad Neues gibt. Aha. Die habe ich aber schon. Okay. Oh, der ist schön. Aber den habe ich auch schon. Den habe ich auch schon. Den Tisch habe ich auch schon. Schnecke, Toaster. Lampe. Nochmal Toaster. Ah ja, die habe ich aber alle schon. Komisch. Ein Bett. Das habe ich auch schon. Eine sehr große dunkle Couch. Aber sehr günstig im Angebot. Ein Bett für 4.600 gleich weitergehen. Viel zu teuer. Hi Dagobad. Wie immer mit seinem Stock fuchtelt. Okay, nichts Neues. Na ja. Hi Christoph. Da schauen wir mal, was es morgen gibt. Okay, danke. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020